Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, ich mache das alles gerne momentan sehr gerne mit dem Mikro, weil ich finde das ist viel eingenehmer für mich, auch nachher beim schneiden und alles, also don't judge me. Und zwar geht es heute um ein Unboxing Video, weil in den letzten paar Wochen hat sich so einiges angesammelt. Leute, es tut mir jetzt schon mal leid, wenn ich irgendwie was von einem anderen Unboxing jetzt mit reinnehme, weil ich hatte das alles ins Regal geräumt, weil ich hatte so ein Video schon mal aufgenommen, dieses Unboxing Video, doch leider ist die Aufnahme komplett im Arsch. Mein Programm hat einfach diese ganzen Audiodateien komplett verzogen, heißt, ich habe schon quasi fünf Minuten weiter gesprochen und das Audio war immer noch bei dem Anfang. What the hell? Deswegen machen wir heute ein kurzes Unboxing Video, ein schnelles Unboxing Video. Ja, ich würde mal sagen, wir recken los, oder? Und zwar geht es los, ich habe mir gedacht, ich, und zwar gibt es bei Saturn nämlich eine Aktion mit Animes und da habe ich, ich glaube, ich kaufe vier, bezahle nur drei oder so, keine Ahnung. Wie weit mir ein Anime gekauft, den ich mir wahrscheinlich sonst nie gekauft hätte, und zwar Digimon Fusion. Ja, Volume 1 und 2 direkt, also Volume 1, da ist Episode 1 bis 15 drauf und bei Volume 2 16 bis 30, die ist auch noch eingepackt, die habe ich noch nicht aufgemacht, heute ohne Witz. Sonst bei Digimon oder bei sonstigen Animes bin ich einfach gar nicht an, außer es interessiert mich halt null. Ich war interessiert, ich bin eingepennt. Wirklich ungelogen, in den ersten, in der ersten Volume, bei der ersten Disc direkt eingepennt. Ich konnte es. So, nächstes ist Dingimon Adventure 3, Chapter 4, Lost. Da gibt es natürlich auch wieder wunderschönen Stanley dazu. Ich mache jetzt halt so ein kleines Unboxing, weil ich denke mal, viele kennen auch den Inhalt und so. Ja, nächstes ist Noragami Aragato. Aragoto. Oder Aragato, ich sage immer Aragato. Aragoto. Aragoto heißt das nicht Aragato, ich will immer Aragato sagen. Boah, bin ich peanut. Habe ich mir auch geholt. Habe ich ja gezeigt in Stanley, ne? Das sind ja auch gezeigt. Dann habe ich die rothaarige Schneeprozessin Volume 3, das Ende. Leute, ohne Witz, wenn ich Romanzeile in mir gucke und wirklich der Hauptprotagonist und die Hauptprotagonistin sich gut verstehen und dann irgendwie so Friendzone mäßig sind und dann noch irgendwie kein Kuss kam, bin ich immer mega so. Wo kommt der Kuss, wo kommt der Kuss, wo kommt der Kuss? Finger on point. Ja. In Folge 10 kam natürlich der langersehnte Kuss. Okay. Das schmiert direkt hier alles ab. Ja, als nächstes habe ich mir Shirobako gekauft. Das ist ein Anime, wo es darum geht mit Anime-Produktion in Japan und alles. So ein bisschen witzig dargestellt, Comedy-mäßig. Wollte ich mal ausprobieren. Und dann Non-Nein habe ich mir auch geholt. Kann jetzt nicht so viel zu sagen. Ich habe das gesehen. Das kann man nach mir auch bestellen. Ich will mal ohne zu wissen, worum es geht. Ja, das kann auch ab und zu mal ich sein, die sowas macht. Und dann, ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe oder nicht. Und zwar Wolfgill and Black Primes habe ich mir gekauft. Das ist Episode 1 bis 4 drauf. Ich habe schon das komplett auf Japanisch geguckt. Ich bin froh, dass es auf Deutsch raus ist und ich werde das auch definitiv gucken. Ich will nämlich auf jeden Fall nochmal Kase anschauen, ob ich das machen könnte, weil ich habe mich so nicht angeguckt, ob ich vielleicht die erste Folge aufnehmen könnte oder sozusagen so eine Reaction-Video darüber machen könnte, ob das vielleicht möglich ist. Ich hoffe, ich schreibe mir zurück. Ich hoffe, es ist entständig. Ja, Leute, das war mein Anboxen-Video. Ich habe mir gedacht, ich mache das mal heute ein bisschen kürzer, weil ich denke immer, wenn das so reingeht, so 10 Minuten, nicht so blablabla, so lange drüber rede, ist das auch so ein bisschen doof. Deswegen, um kurzes. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr Bock habt oder einen Daumen in den Rüben geben. Oder irgendwelche Anregungen unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!